hallo und herzlich willkommen zur testaufnahme von withering waves auf dem android das hat den hintergrund dass der playstation will das playstation release von dem spiel noch verzögert ist und das release date von dem pc und den mobilen versionen ist in zwei tagen deswegen muss ich mich da ein bisschen gedulden und ich werde euch dann mal ein feedback geben zum daumen sport ich habe gehört dass die anforderung für das spiel hinsichtlich der kämpfe etwas höher ist deswegen bin ich gespannt ob man das auf dem handy auch gut spielen kann wo habe ich da habe ich so manchmal ein bisschen meine zweifel aber wir werden sehen der ton scheint ganz gut zu sein es ladet auch gut ist schon mal ein sehr stimmungsvoller login den habe ich auch schon gesehen man kann das spiel auch schon runterladen und vorinstallieren wenn ihr dazu bock habt könnt ihr euch da schon registrieren das habe ich auch schon gemacht hier ist meine anmeldung und hier sehen wir unsere zwei hauptcharaktere die zur auswahl stehen europa ist unser zu hause und die können mir gerne mal eure kommentare hinterlassen was ihr euch wünscht ob ihr das lieber als livestream sehen wollte oder lieber zusammengeschnitten ich bin nicht sicher ob das eine serie wird das kommt darauf an ob mich das spiel überzeugen kann und ja vielleicht gibt es dann mal ein neues game auf dem kanal und freue mich schon auf ein bisschen mal was anders zu spielen auch wenn es in gewisser weise ähnelt zu denen spielen die ich sonst so habe und release date ist ganz genau 23. mai 10 UTC plus 8 was auch immer das ist ich werde es nicht ganz zu release spielen können aber kurz darauf wird es dann auch was von mir davon geben dann bis dahin